Ja, wollen wir nochmal nachfragen beim Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums, André Hahn. Grüße in Berlin. Ja, hallo. Sie sind auf der einen Seite Parteipolitiker der Linken, auf der anderen Seite der Vorsitzende dieses Gremiums, das ja eigentlich dafür da ist, solche Dinge rechtzeitig aufzuspüren. Jetzt haben wir also irgendwie so etwas wie eine Staatskrise. Und wir fragen uns alle nach der Substanz. Worauf basieren denn diese ganzen Vorwürfe? Wie hart sind denn die Fakten? Also wir wissen ja spätestens seit der Enthüllung von Edward Snowden, dass die Amerikaner eigentlich alles wissen wollen, alles ausspionieren, auch die Wirtschaft und eben auch in Deutschland bis zum Handy der Kanzlerin. Und jetzt konkret geht es ja darum, was der BND davon gewusst hat und ob der BND Beihilfe geleistet hat zu diesen Ausspähversuchen, zur Wirtschaftsspionage und auch zur politischen Spionage in unseren befreundeten Ländern. Das sind ja die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und deshalb brauchen wir auch diese Listen mit den Selektoren, die Suchbegriffe, die die Amerikaner herausfiltern wollten. Dann können wir den Schaden erst wirklich ermessen. Die müssen jetzt auf den Tisch und dann müssen wir weiterreden. Und dann geht es um die Verantwortung derer, die davon wussten, was beim BND passiert, auch im Kanzleramt. Und das wollen wir im Kontrollgremium ebenso wissen wie im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ja, wissen Sie da mehr als wir alle irgendwie? Oder basiert das bisher immer noch auf Medienberichten? Nein, dem Untersuchungsausschuss liegen ja schon viele tausend Seiten vor. Und das Kontrollgremium ist mündlich unterrichtet worden durch den Kanzleramtsminister Altmaier. Nur fehlen die entscheidenden Unterlagen noch. Es ist doch ein Irrwitz, dass das Bundeskanzleramt jetzt bei den Amerikanern nachfragt, ob sie uns die Listen geben dürfen, Beweismittel, die möglicherweise auch zur Strafverfolgung notwendig sind. Das können doch nicht die Amerikaner entscheiden. Es gibt Beweisanträge, die Unterlagen sind im Untersuchungsausschuss vorzulegen. Und das möglichst schnell. Dann können wir auch den tatsächlich eingetretenen Schaden wirklich beurteilen. Und deshalb kann die Kanzlerin sich dort nicht länger verweigern. Hier hat die Bundesregierung eine eigene Entscheidungsmöglichkeit und sie muss uns die Listen rausrücken. Notfalls muss man ansonsten auch gerichtlich das erzwingen. Ja, gerichtlich gegen die USA, wenn die das nicht wollen. Und wenn die nicht wollen, dass irgendwelche Geheimdienstpraktiken offengelegt werden. Sie glauben ja doch auch nicht wirklich, glauben wir alle nicht, dass die USA da sagen, ja macht mal, was ihr da wollt. Nein, gerichtlich gegen die USA können wir hier nicht vorgehen. Aber es sind Unterlagen, die im Besitz der Bundesregierung sind. Und die Listen mit diesen Selektoren, den Suchbegriffen für die Ausspähung, die sind beim BND angefertigt worden. Das sind Akten, Unterlagen des BND und die müssen auf den Tisch. Und da gibt es die Möglichkeit, wenn sie nicht herausgegeben werden, das gerichtlich zu erzwingen. Das ist verständlich. Und das müssen wir tun, wenn die Bundesregierung nicht handelt und von sich aus die Unterlagen baldmöglichst herausgibt. Was sollen denn da für Daten auf der Liste draufstehen? Welche Art? Ja, nach dem, was uns bisher bekannt ist, handelt es sich ja um insgesamt über 50.000 Suchbegriffe. Namen, Institutionen, von Politikern, von Wirtschaftsunternehmen, möglicherweise auch an denen die Bundesrepublik beteiligt ist. Wir können das im Einzelnen natürlich erst dann auch bewerten, wenn wir diese Suchbegriffe kennen. Aber das sind Begriffe gewesen, die man eingegeben hat in das System und nach denen dann Telefonate, E-Mails und andere Dinge herausgefiltert worden sind. Also das wissen Sie schon? Das wissen Sie schon, dass das eingegeben worden ist, dass das benutzt worden ist, auch diese Liste? Wir wissen, dass es diese sogenannten Selektoren gegeben hat, dass sie auch genutzt worden sind. Das haben Zeugen im Untersuchungsausschuss ausgesagt. Die Frage ist, wie viele waren wie lange im System? Und wir wissen auch, dass nach den Enthüllungen von Edward Snowden ja man beim BND noch mal geprüft hat und noch sehr, sehr viele, auch wieder mehrere Tausend dieser Suchbegriffe gefunden hat, die dort überhaupt nicht hineingehörten, die gegen alle Verträge verstoßen haben und die eben allein amerikanischen Interessen dienten und deutsche und europäische Interessen beschädigt haben. Und deshalb steht es nicht außer Zweifel, dass das passiert ist. Die Frage ist, wer genau ist ausspioniert worden? Und das wollen wir wissen. Ja gut, aber letztlich wäre ja dann der Sachstand schon klar und es wäre ja dann im Grunde genommen der Gesetzesverstoß schon klar. Dann bräuchten sie ja gar nicht mehr die Liste. Letztlich, gut, es wäre natürlich fein zu wissen, wo ist denn genau spioniert worden? Nein, darum geht es nicht. Entschuldigung, wir brauchen diese Liste selbstverständlich, um den Schaden bewerten zu können. Und dann geht es auch um die politisch Verantwortlichen. Wenn man im Kanzleramt gewusst hat, dass das passiert, dass diese Listen existieren, dass der BND selbst bemerkt hat, dass die NSE weit über das hinausgegangen ist, was zulässig war, dann hätte man das unterbinden müssen. Das wäre Aufgabe des Kanzleramtschefs gewesen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bundeskanzlerin, die zehn Jahre dort in diesem Amt leitet, von all diesen Dingen nichts erfahren hat. Und auch deshalb müssen wir hier weiter aufklären, denn am Ende muss es auch Konsequenzen geben, organisatorisch und auch personell. Aber da sind Sie noch nicht mit einer Forderung zu Gange, dass Sie sagen, die Kanzlerin muss es gewusst haben, also sie muss im Grunde genommen Schaden nehmen, zurücktreten vielleicht? Soweit würde ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht gehen. Die Bundeskanzlerin trägt die politische Verantwortung für das Kanzleramt ganz klar. Ob sie und wann sie unterrichtet worden ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Bei den Kanzleramtschefs sieht das anders aus. Die haben regelmäßig Unterrichtungen, auch durch den Bundesnachrichtendienst. Es gibt Aktenvermerke, es gibt entsprechende Hinweise. Das rechtzeitig informiert worden ist. Und da geht es dann natürlich darum, wer möglicherweise etwas getan oder unterlassen hat. Und das muss dann Konsequenzen haben für diejenigen, die dort ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind. Ja, Sigmar Gabriel hat ja schon gesagt, die Kanzlerin hätte ihm zweimal auf die Nachfrage geantwortet, sie hätte davon keine Kenntnis gehabt. Wie sehen Sie das? Ja, ich weiß auch nicht, wie das dort in der Koalition so läuft, wenn man vor laufenden Kameras solche Informationen gibt, wie das Herr Gabriel macht. Und damit ja im Zweifel, wenn das da nicht stimmt, der Kanzlerin unterstellt, sie hätte ihm die Unwahrheit gesagt. Das ist mir auch ein Stück weit egal. Auch die Koalition hat eine Aufgabe. Auch sie muss kontrollieren im Parlament, was die Bundesregierung macht. Und deshalb könnte Herr Gabriel seinen Einfluss geltend machen, dass möglichst schnell alle Minister im Untersuchungsausschuss kommen und dass die Listen herausgegeben werden. Das wäre ein wirkungsvoller Beitrag. Öffentliche Mahnungen oder öffentliche Erklärungen, Absichtserklärungen, wir wollen, dass jetzt auch alles offengelegt wird, helfen uns überhaupt nicht weiter. Herr Gabriel kann konkret etwas tun im Kabinett und durchsetzen, dass wir alle notwendigen Unterlagen bekommen. Wir sind alle gemeinsam gespannt. Ich danke an dieser Stelle herzlich, André Hahn, nach Berlin. Sehr gern.